Das würde ja eigentlich mehr zu dir passen, weil du bräuchtest den ja eigentlich, äh, um den Dämon zu vertreiben. Egal. Was gibt es denn so einen Bruch, um Dämonen zu verjagen? Warte mal. Ja, gibt es? Warte mal, ich hab hier einen. Warte mal. Ähm, ich hab hier, äh, regna, terra, contate, deo, psalitii, äh, domino, qui, vehitor, per, qualis, bla bla bla, irgendwas. Ich kann keinen erteilen. Hoch, um Dämonen zu verjagen. Gib mal ein, gib mal ein, ähm, Supernatural Exorzismus und dann kommt das, warte mal, ich schick den. Oh ja, warte, ich hab's gefunden, ja. Dann müssen wir ein bisschen weiter runter scrollen. Ach, die was, Bitch. Was? Hä, ich hab so einen Screenjoy gefunden, warte mal, ich kann den, glaub ich, in meine Aufnahme, kann ich den kurz einblenden, warte mal, dann können wir den reinnehmen. Was? Okay, wie du das hast, ist dir belassen. Äh, äh, ja, guckt, guckt euch mal das an, Leute. Ich glaube, man sieht's jetzt, oder? Oder sieht man's? Nee. Ich weiß nicht. Achso, warte. Äh, bist du jetzt bereit? Ah, ja, okay, ja, jetzt, ja, warte, jetzt, 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 ich schreib das hier mal auf die Seite. So schreib ich, put das hier mal auf die Seite, so. Okay, gut, Leute. Hast du den Spruch? Ja, ich hab den Spruch immer griffbereit, sozusagen. Also den, äh, hier. Den Anti-Exorzismus-Spruch. Exorzismus, äh, äh, hier aus Dings. Aus, erster Teil, Regnaterra, bla bla bla. Genau, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ziemlich ähnlich, ja. Irgendwie, irgendwie so, keine Ahnung, Latein ist Latein. Genau. Ich hab natürlich wieder, wie immer, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen komischer Stahl, ich hab mich irgendwie auch eingesperrt. Ja, Leute, auf jeden Fall, äh, willkommen zu dieser, Folge, Granny Simulator. Heute sind natürlich wieder zusammen mit Daydreamers, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Richtig. Genau. So, ich backe mal Kekse. Genau, backe mal deine Kekse. Schaut auf jeden Fall die Folge bei ihm, die war sehr interessant und, glaube ich, für, aus seiner Perspektive ein ziemlich krankes Szenario. Alter, ich hab Gänsehaut. Genau, mehr verraten wir ihm auch nicht, ihr müsst das auf jeden Fall auch mal auscheckt bei ihm. Ähm, wieso ist ein Kürbis in der Dusche? Naja, wenn man auch so auf jeden Fall, wir haben natürlich wieder das allseits bekannte Ziel, Kill your grandma. Also, das kann ja nicht so schwierig werden, aber ich finde irgendwie keine Schlüssel. Ja, doch, ihr. Ach ja, und was wir jetzt die ganze Zeit über dieses Exorzismus-Zeugs geredet habt, ich glaube, ihr werdet noch früh genug erfahren. Ja, das kommt ja noch. Warum das, äh, warum das wir darüber reden, ja. Ha. Noch Kekse. Was passiert denn mit euch? Kann ich den dann auch beschwören? Ach, scheiße, jetzt verrate ich schon alles. Ja, egal, ich schneide es raus, ich schneide es raus. Du, ab in den Ofen. Loll, Alter, das ist ja übelgeil. Ich habe gerade etwas rausgefunden. Ja, ich weiß. Loll, was? Okay, das ist cool. Oma? Wieso? Oh Gott, ah. Habe ich die nicht getropft? Scheiße. Oh Gott. Alter, ich gehe mal. Boah, was? Ich habe die Tür kaputt gemacht. Ich finde das so geil. Oma, wieso? Ich verstehe wieder. Oma, wieso ist hier draußen eine betende Frau? Und das offene Grab von Opa? Ja, kann sein. Ich habe vielleicht aus Versehen ihn wiederbelebt. Und dann wollte er versuchen, mich... Also er wollte mich aufhalten, um Nutzer zu beschwören. Und ja... Du hast es trotzdem gelegt haben. Nein, er konnte mich leider noch aufhalten. Ich musste ihn dann leider dafür bestrafen. Wie ist das denn gerade passiert? Nein. Aua. Nein, nein, nein. Ich bin hingewallen. Aua. Alter. Wiss ich. Junge. Das Möbel. Oh nein, nicht der Taser. Aua. Junge. Was ist mit dir? Du machst alles kaputt. Geil. Du machst alles kaputt. Geil. Die ganze Lohnung. Ja, ist doch scheißegal. Das zahlt die Versicherung. Lebst hier nicht mehr lang, oder? Dann müssen das wieder meine Eltern zahlen. Ah, nicht unter anderem. So, warte mal. Nein, ich bin runtergefallen. Exel. Ich sollte mal ein bisschen Gas geben. Ja, los. Mann, Oma. Los, komm mal schnell. Schaffe wieder Rheuma. Oma. Warum kann ich... Mann, das muss ich rauspiepsen. Ah. Sollte ich das gleiche zu dir sagen? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ah. Ey, du machst alles kaputt. Scheiß drauf. Was ist mit dir? Ah. Nicht schon wieder. Aua. Das, äh, ja. Ey. Ich komm hier wieder nicht mehr raus. Oh yeah. Bei dir geht gerade die Party ab, ne? Das ist das Karma. Komm, ich geh auch in den Ofen. Ich geh auch in den Ofen. Ich will in den Ofen. Ah. Junge. Biss dich. Ah. Ah, mein Kopf. Hilfe. Kannst du mich... Ah, mein Arm. Aua. Aua. Hilfe, bitte hilf mir. Guck mal. Ey, ich komm hier wieder nicht weg. Es ist wie im letzten Video. Ah. Ey, bitte helf mir. Das ist mein Laufschuhe. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ey, Lieblings-Kick-Schuhe anziehen, ne? Ey, kannst du mir helfen? Das ist doch unfair. Leute. Was? Ja, ich bin hier stuck in der... Im Kühlschrank. Ich komm hier nicht mehr weg. Warte. Ich muss erst mal meine Kick-Schuhe anziehen. Ja, kannst du mich danach mal kicken, bitte? Ja. Ich komme direkt mal aus. Oma. Hallo. Was? Nein, bitte helfen Sie mir. Ich muss jetzt erst mal... Ey, es ist doch... Es ist doch so ein Witz, dieses Spiel. Was soll das denn? Ich komm hier einfach nicht weg. So, was war das? Oma, wenn du das sehen könntest. Biss dich. Boah, ja, danke. Hä, wo bin ich denn jetzt hingeflogen? Was zur Hölle? Naja, ist eigentlich auch egal. Knuppe. Die Kekse noch im Ofen? Ne. Ne, ich muss jetzt Süßigkeiten verteilen. Kann es sein, dass die Energy vom Kind durchgehend auf 100 ist? Ja. Ja, das ist übel geil. Leider. Ja, du bist halt auch ein bisschen jünger. Au. Ist dich. Komm, gib mir ein geiles Item. Hallo, Oma. Oma. Hä, wieso bekommst du irgendwie nie Schaden von meinen Sachen? Ja, ich bin, ich bin, äh, Dämon-Oma. Ah, ja. Alter. Alter. Alter, hol ich meine Dämonen, Brüder und Schwestern und dann machen wir dich fertig. Jetzt habe ich irgendwie leider auch das Gefühl. Bist du nicht abbrennen mit diesem Spieß im Hals? Oh Gott. Ey. Ich bin, ich bin, wie gesagt, ein Urvampir. Ich kann nicht sterben. Wo bist du denn? Oh, warte mal. Hä, wo bist du? Ne Ahnung. Äh, was war das? Keine Ahnung. Achso, du bist hier. So stehen hier überall Flaschen rum, Oma. Was hast du denn schon wieder gemacht hier? Ich will, ich will dich jetzt umbringen. Ich will nicht das Erlebnis haben, das du hattest. Es, ja, das will ich dir, ja, wohl. Alter, Oma läuft immer schneller. Ich auf dem Grabstein steht einfach ein Name. Ja, und? Das ist normal bei Grabstein? Ja, aber das ist doch nicht in Spielen so. Hä, da ist überall ein anderer Name, Alter. Sind das die Entwickler während dem Entwickeln einfach so psychisch krank worden, dass die aber gestorben sind? Das ist gut möglich. Oh, Oma, was ist das da hinten in diesem Berg? Oder was ist das? Das willst du nicht wissen? Ich habe Käse gefunden. Ich habe nachdem Käse. Käse, ich liebe Käse. Ah, nee, das ist ein Stein. Egal, ist trotzdem Käse. Kann ich eigentlich mehrere Items haben? Ah, nee. Schau. Oma, wo bist du? Ich will dir mal Käse... Oh Gott, was war das denn? Ey, es sind hier draußen übel komische Geräusche. Ich habe Angst, Oma. Oh nein. Ja? Es ist doch wieder... So, Oma, wo sind die... Was sind die Kekse denn hier nicht? Also... Das ist eine sehr gute Frage. Ich komme, Sie warte kurz. Oh! Aber ich habe mich noch getroffen. Aua. Tschüss. Ah, schon wieder den Keller runter. Oh Mann. Was passiert eigentlich, wenn ich die Drehung am Hals habe und ich dich aber zuerst töte, bevor er mich töten kann? Ich glaube, dann tötet er dich als Rara. Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung. Also dann... So, warte mal. Warte mal. So, warte mal. Now find the cave in the backyard and place the cookies as in offering and the pet still. Bla, bla, bla. Oh yeah, jetzt geht's los. Pentagramm. Pentagramm, so hieß das Ding. Höhle, Höhle. Ohohoho. Alter, was? Warte mal, ich will das jetzt aber mal ausprobieren. Warte mal. Ich nehme jetzt mal so ein Pfeil mit, wie viel Schaden macht der? Ich glaube, 10, oder? Nein. Oh Gott. Alter, wie wir dir auch schon zwei Beine drinstecken. Oho. Also, nein, nein, nein. Warte mal, ich will jetzt das verfickte Fieder. Ah. Ey, das ist doch unswer. Oh Mann, nein, nein. Nein, nein. Ah. Aua. Aua, die Betonsäulen sind hart. Komm, Oma, lauf schneller. Gehst du denn überhaupt hin? Du gehst in die falsche Richtung. Es. Fuck. Das ist ja das Geilste, Alter. Nein, 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 nein. Ich habe nichts gemacht. Ich war ein braver Junge tatsächlich. Fang. Oh, scheiße. Schnell weg. Schnell weg. Ah, ich habe Töne gefunden. Ich freue mich, dass die auch noch auf die Idee kommt. Mich. Ah. Okay, jetzt wärst du, glaube ich, theoretisch wo anhält. Warte, ich komme jetzt mal mit. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn du das beschwört hast. Und ich dich töte. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Nein, du tötest mich nicht. Nee, jetzt noch nicht. Du solltest vielleicht, lauf, lauf mal weg, lauf mal weg und versteck dich mal im Haus. Tu mir mal den Gefallen. Ja. Kann ich auf die Mauer hoch? Dann könnte ich hier irgendwie. Nein. Versteck dich mal. Versteck dich mal im Haus, bitte. Tu mir den Gefallen. Kann der springen? Dieses Wesen. Wie? Äh, keine Ahnung. Versteck dich aber mal im Haus. Versteck dich irgendwo mal im Haus. Okay. Ich sage, wenn ich versteckt bin, okay? Dann kannst du das Monster loslassen, um mich zu suchen. Ja, so, warte mal, ich muss das Ding hier irgendwo hinstellen. Erstmal, erstmal, was erst mal ich jetzt mache, ist... Okay, Leute, wir nehmen jetzt nur eine kleine Flasche. Oder ja, warte, erzähl du, du... Ah, gut, nee. Ich nehme jetzt ein paar Pille. Genau, mach du das. Ey, geil, sie sind gruselig. Und wir verstecken uns jetzt hier oben, in diesem Schrank hier oben. Da kommt das Ding bestimmt nicht ran. Hast du in der Ahnung. Mir ist einfach egal, das wird durchgehen. Okay, warte mal, warte mal, ich bin noch nicht richtig versteckt. Ich muss hier nochmal kurz... Ey, kommt ja noch. Alter, wieso komme ich denn nicht auf die Lampe? Was ist das denn? Warte noch. Okay, ja, komm, scheiß drauf machen. Hier ein Fisch relativ gut. Ist es beschworen? Nein, nein, ich muss die Katze in den Momenten. Nein, nein, ich bin rausgefallen aus meinem Versteck. Scheiße. So. Nein, das Ding ist halt übel schnell. Oh, Regen, Terradori, Eric, Su, weh. Ja, Leute, ich habe hier auch so einen Spruch ready, um dann diesen Dings... Äh, Sura, Oki, Seri, Treck. Was ist mit hier... Oh, der macht ja... Eddie, Alter. Bist du versteckt? Okay, ja. Hey, Leute, wir haben jetzt hier den Überblick. Wir sind trotzdem versteckt und... Was ist das? Ist das viel zu schnell, ich bin schnell genug. Ja, ja. Leute. Hörst du's? Hörst du's? Alter, es kommt immer näher. Es findet mich nicht. Hä? Er ist vorbei gerannt. Habt ihr das gesehen, Leute, dieses Wesen? Oh Gott. Was hat das gerade gemacht? Er hat irgendwas zerboxt. Aber ich weiß nicht was. Hä? Wer? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Ich habe einfach einen Herzinfarkt bekommen. Was? Hä? Er ist einfach zusammenge... gekracht. Ja, das hatte ich auch. Warte mal. Alles klar, Digga. Was war... Ja. Und, hast du Schiss gehabt? Äh, ja, also irgendwie schon. Es war schon creepy. Ich spiele natürlich auch... Ich habe schon ab und zu Horrorspiele gespielt auf meinem Kanal, aber... Trotzdem. Wieso kann ich jetzt mich selbst nicht mehr beobachten? Das ist scheiße. Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, das war's die Folge. Genau, Leute, also... Ach, schade, haben wir das Ding nicht noch richtig genau gesehen. Wir haben es halt nur so ein bisschen beim Vorbeihuschen gesehen und dann war ich irgendwie... Ist egal. Naja. Auf jeden Fall, wenn ihr das Ding richtig sehen wollt, in Action sozusagen, dann schaut auf jeden Fall bei Damien mal vorbei, denn... Bei ihm war es scheinbar wirklich real. Ach, frag mich nicht. Frag mich nicht. Genau. Schaut das auf jeden Fall mal auf eurem Kanal vorbei. Äh, auf seinem Kanal vorbei, meine ich natürlich. Und, ja, lasst es live und ein Abo da bei beiden. Und, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.